Meine Fresse, ist das easy. Ich sag doch, wir machen irgendwas falsch. Aber irgendwie sammeln wir uns nicht das richtige, was wir brauchen. Ich habe eine Kack-Banane. Ziel erfüllt. Lügen sammeln. Was? Ja, ich habe gerade das Ziel erfüllt. Ja, super. Ich auch. Geht doch, genau das, was wir wollten. Warte mal kurz. Ich bin mal ganz kurz abstinent. Ich bin mal ganz kurz. Ich bin mit Lula. Ich bin mit Lula. Das ist sehr cool. Amen. 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 Ah, ich habe ein totes Schuss gegeben. Ich habe meine Pfeile abgeschossen, genau in der letzten Sekunde. Und ich habe den letzten Schuss abgegeben. Kann nur sagen. Egal. Brauchen wir zusammen und fertig. Hier sind wir ja noch nicht ganz so mächtig wie die Ecke. Oh ja, klar. Aber wenn das wieder ist hier. Ja, ne, das nicht. Wir müssen noch drei Begegnungen machen. Da würde ich sagen, da machen wir... Hoch zum Spinn. Zum Spinn. Und... Ja, da oben halt. Und wir müssen noch ein paar Monster. Das kriegen wir ja dann, wenn wir die... Ah ja. Die lasst jetzt letztendlich fliegen, ne? Auf jeden Fall rechts. Oh, Putzi! Ja, da muss ich wieder melden. Ja, das ist jedes Mal das Welter Theater mit der Katze. Aber wenn ich irgendwann mal hier so... Wenn wir dann das Paket auspacken, ne? Mhm. Und Putzi meldet sich. Nimm die mal mit auf Band. Okay? Okay. Okay. Ja... Das... Bald kommt das Paket an, was ich gesagt hatte, was wir da bestellt haben. Ja. Ja. Da ist es schon. So, wir sind mal gespannt, was rauskommt. Hast du das? Ja. Aber die ja nehmen wir hinter. Ja? Ja. Komm mal. Ja, fühl wie so ne deutsche Eiche. Alter. Ist das eigentlich noch für gekämpft? Das ist ja nicht normal. Oder? Die nehmen wir nicht mehr. Ich hab' gebrochen. Aber... Weißt du, was das Schlimme ist? Philipp? Die Umdenkung von den, äh... Steuerung von Neverwinter zu Minecraft. Ja. Weil mit... Weil mit Sneak, was hier eigentlich bei Minecraft Sneak ist, hab' ich hier Sprint. Und da, wo ich in Minecraft Sprint hab', hab' ich hier meine Pfeile. Weißt du? Ja. Komplett andere Steuerung. Ich hab' schon mal überlegt, ob ich die, äh, Angriffe vielleicht ein bisschen umändere, äh, hier von Minecraft. Ich hab' schon mal gemacht, dass ich mich da nicht an- und umdenken muss. Boah, hier gibt's so Tränke und so'n Scheiß da. Hä? Oh! Wut, 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 wut. Oh! Wut, wut? Wut? Wut, wut. Wut, wut. Ja, ich denk mal so, Mann. Aber ich will ja auch was hören. Ja, ja. Ach, lass mal, Mensch. Man hört sich sowieso eigentlich kaum. Was ist er denn? Wo gehen wir denn lang? Ich war durch die Festung oben. Ein Eisbär. Stopp. Also mach mal Leertaste. Cool. Bei mir macht's, wenn ich Leertaste mache, nichts besonderes, ja. Bei mir gone? Aha. Ja. Rechts. Und gerade durch. Wir können auch gleich hier die eine abgeben, dann haben wir gleich los. Das ist zumindest. Ach so. Vielleicht kann man doch gut. Aber da geht die Band. Ich hab's erst mal in der Rente richtig Musik und alles im Hintergrund anders. Mhm. Sonst hab ich die Musik immer ausgemacht. Diesmal hab ich's aber an. Mhm. Ja. 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 Ich bin richtig. Am Schloss lang. Ja. 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 das abgeben so die illusions maske habe ich wohl das ich kann sogar einmal komplett hoch auf der nächste stufe rüsten und dafür brauchst du die marken die wir sammeln welche marken und hier brauchst du die dinge wir müssen auf alle fälle heute und morgen werden wir es schaffen noch eine ganze runde weiter diese fischer da heute wirst du kaum noch was rankriegen das mit diesen nein ich meine ich das hier ich meine die säcke hier wo wir herkriegen wo wir die kürbis ansprechen müssen dann müssen wir mal noch eine ganze weile das machen weil dadurch kriegt man nämlich das dinge ich habe hier nämlich so teil das ja okay ich habe die illusions maske auch ich habe schleier der nebel gekriegt das brauchst du doch oder weiter hinten ich habe hier eins davon doch schleier der nebel ja schleier der schatten ich habe mir viele jahre begegnung so 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 die Euro und dann die Europäer Veredelung haben wir die Matar drauf und holt und ich habe du weißt was die größte gefahr vom computer ist ja die illusions maske lohnt sich eigentlich gar nicht hoch zu machen warum weil jetzt gerade mehr erholung ist doch scheiß egal es geht darum dass man die karten vollfällt handel bestätigen jetzt auf dieselbe stellung trinkt und nun richtung tragen warum hier hochwerten warte mal geworden jetzt mit einer schulen spinnen genommen Noch mehr! Ich wollte doch noch mal ausprobieren Egal... Wo waren die Krachen? Irgendwie hin da her Ja Aber am geilsten finde ich immer noch die Schnecke hier im Spiel Ja Hätte aber noch ein cooles Spiel Ich hätte gerne mehr Bewegung gemacht Ich würde gerne in diesem Spiel Schumi Konkurrenz machen Hm Ja gut, jetzt ist es keine Kurzsinn Konkurrenz zu machen Ich meine da wo er noch halt schnell unterwegs war Mach ich hier einer doch Hm 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 Nein Nein Das war irgendwas mit... Ähm Mit... Irgendwie wäre es gleich nochmal Jetzt hab ich noch mal gar nicht Kommen wir da mal innen rein Schauen wir mal erst mal die Krachen Ja 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 Es hält mich schön an solchen Fieserverarbeitung Aber ich muss hier oben lang Was? Ja die schickt doch wieder in die Festung Achso Denk ich mal Ja Stimmt Achso 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 Es ist eine weite Strecke immer Hm Okay Hm Guck mal wie lange wir das auch nehmen Hm Ich weiß gar nicht wie lange ich da hochladen soll Das wären Einzelteile Aber wie willst du denn das machen? Hast du aber letzten schon Probleme gehabt? Ja weil ich das auf eine andere Art gemacht habe Aber diesmal mache ich es ganz anders Ich mach das in 5-6 Teilen die dann halt im Lauf des Tages hochgeladen werden Weißt du? Über den kompletten 31. hinweg Also das Event geht 13 Tage Hm Cool Also mit heute 14 Tage Hm Wir müssen noch warten ganz der Flug Machen wir das Ich werbe schon Hm Ist auch nicht das Event Nee Ich mach's von Ich will es einsammeln Na er war nichts weiter Doch Bei dem Vieh tut es noch was Ich hab's doch Bei mir liegt da noch was Ja dann ist das für dich Ich hab's doch Bock Ich hab's doch noch was Ich hab's doch mit dir Ich hab's doch nicht wir gucken mal ich möchte dass es sechs folgen werden dass wir insgesamt drei stunden aufnehmen das können wir uns gleich noch zu nutzen machen wir haben ja noch zeit das würde ich dann durch ein programm über welcher draufklicken die installieren sagt die sau mir ich habe nicht die berechtigung um dass sie die installieren und ich bin der admin größte gefahr für den computer ist microsoft selber der laptop hier haben ein update gezogen von windows 10 und dann war der testplatte schrott dann war das erste mal wo der laptop neu gemacht wurde da wo aus noch die alle kriege wiese die ganze zeit war ja ich meine jetzt komplett neu das ist nicht wahr wieso schon mal komplett neu gemacht wurde durch das problem mit avira damals war doch das ganze avira verseucht da hat es zwar bereinigen können aber dennoch war mein windows hinüber das ist egal wie gut ist für meine daten gesichert so ist immer sache alter was das update betrifft bei mir ist auto update aus ich bin immer immer mitten beim aufnehmen oder wer nicht zocken will zieht die sau update immer wieder das nervt das war bis ausgemacht und wenn ich auch mal mal lust hat sich mal updates so werde zuschauen man kann zwar nicht sehen aber hier ist malerweise eine begegnung wo bleibt sie denn heute haben wir die weg rationalisiert die säcke keine ahnung vielleicht war sie zu einfach ach das glaube ich nicht dass die das weg machen wir haben überall ob die begegnungen gerade sind noch nicht abgelaufen was ist das? dämonenflucht? nein das was wir hier oben immer haben obwohl die alte da beschützen will ach ja das war ja auch glaubend lecker ja das ist aber auch gerade nicht wir haben ja auch irgendwo noch einen drachen ne angriff außen und unterweich ist das, geht noch nie mit looten ja und da ist mal looten ne die kurs ist schon alles so groß ach ja äh 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 inter Wir haben 14 Minuten Zeit, jetzt haben sie mal weit untere Zeit. Wir schieben hier rum die Fläche. Schon fertig? Nein! Was haben wir jetzt für ein Ziel? Also die 100 Hücher mal sein. Fie Randleife. Wollt das nachrufen? Ich muss noch den Füll-Meistern beschweren. Weil der Kopfpüro anspricht. Aber ich brauche ihn zu. Die Regenung ist aufgeschossen. Die Spinnen sind wieder da. Na dann. Warte, ich mach mir einen Wegpunkt dahin. Ich war hier runter, was noch? Hm. Ich kürze ein bisschen. Ich will greifen euch. Hier runter. Questfahrt nach, also. Ja, vielleicht eine gute schlause Idee. Ich habe hier eine gute Schlause. Ich habe hier eine gute Schlause. Ich habe hier eine gute Schlause. Bis zum nächsten Mal.